Moin Moin, wir sind hier in Großen Aspel auf der Kennenlernfahrt der ThyssenKrupp Marine Systems und der Atlas Elektronik. Hier begrüßen wir die Auszubildenden und dualen Studenten des neuen Jahrgangs. Wir haben hier fünf Stationen. Die erste Station wäre ein Low-Level-Parcours. Hier bereiten wir die Auszubildenden und dualen Studierenden vor auf die Station Nummer 2. Station Nummer 2 ist der Hochseilgarten. Hier begeben sich die jungen Nachwuchskräfte in luftige Höhe. Station Nummer 3 ist das Bogenschießen. In dem Bogenschießen werden einzelne Aufgaben gestellt, die erfüllt werden müssen. Pro erfüllte Aufgabe gibt es ein Pfeil. Es gibt die Station Schiffbau. Da wird ein Holzschiff zusammengebaut, was wir jedes Jahr an der Kindertagesstätte dann schenken oder an der Schule schenken. Station Nummer 5 ist die Persönlichkeitsentwicklung. Hier lernen die Nachwuchskräfte ihre Stärken kennen, die Zusammenarbeit kennen. Anschließend wird gekocht und wird sauber gemacht. Abonniert der Praß Stärken Der Schiffbau Stärken Stärken Schiff Produkten Drum Stärken Abonniert Im Gold Bis zum nächsten Mal.